Der Creative Jam ist ein zweiteiliges Design-Event. Während auf der Bühne lokale Gestalter über ihre Inspiration und über ihre Arbeitsprozesse reden, messen sich zehn Teams in einem Design-Wettbewerb. Der Creative Jam ist jeden Monat in einer anderen Stadt. Also wir haben hier zweier Teams, das sind Fotografen, das sind Grafikdesigner, das sind UX-Designer und die haben drei Stunden, um auf einem Projekt zu arbeiten. Das Thema habe ich ihnen schon gegeben und in drei Stunden finden wir raus, was sie damit gemacht haben. Es hat besonders gut gefallen, dass so viele Leute da waren, die alle unterschiedlich gelegen gehabt haben. Einfach wieder zu sehen, die Herangehensweisen sind total unterschiedlich, die Vorstellungen, wie man hier rangeht, wie man die Arbeit beginnt.